Der Geburtstag soll etwas ganz Besonderes sein. Dass Matthias Schweighöfer zum Ehrentag seiner Tochter Greta dabei auch seinen Fans ein großes Geschenk macht, freut seine Follower-Gemeinde gleich doppelt. Schließlich ist das Familienleben des Schauspielers sonst ein gut gehütetes Geheimnis. Und dennoch teilt er aller Privatsphäre zum Trotz ein seltenes Vater-Tochter-Foto. Mit bunten Perücken posiert das Duo vor einer Backsteinwand. Gemeinsam feiern sie Gretas 12. Geburtstag mit einer kleinen Sause. Motto? Mehr Jungfrauen. Da muss auch der Schauspieler herhalten und sich in eine ulkige Kostümierung werfen. Zwar kann man aufgrund der bunten Haarpracht nicht viel von dem Geburtstagskind erkennen, die Fans freuen sich trotzdem über diesen humorvollen Schnappschuss. Und vor allem darüber, die Tochter von Matthias und seiner ehemaligen Lebensgefährtin Anni Schrom endlich mal wieder zu sehen. Wow, wie groß sie schon ist, merkt ein User dabei an. Wir sind uns sicher, die beiden werden bei dieser Feier mächtig viel Spaß haben.